Hallo, liebe Besucher, herzlich willkommen auf dem ersten virtuellen Delphi Technologies Messestand. Hier auf der ExpoFarm Impuls 2020. Auch von mir ein herzliches Hallo an Sie, liebe Apothekerinnen und Apotheker und natürlich an Ihr gesamtes Team. In der vorigen Präsentation werden Sie die verschiedenen Aspekte von elektronischer Preisaufzeichnung kennenlernen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Fragen sofort zu beantworten. Nutzen Sie für unsere Live-Chat-Funktion. Ich setze mich sofort für Sie an den Rechner. Bis gleich. Viel Spaß. Aber wer ist eigentlich Delphi? Delphi Technologies ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das 1988 gegründet wurde und mittlerweile zu den Marktführern im Bereich der elektronischen Preisauszeichnung gehört. Wir haben in Europa mehr als 2000 Installationen und das bedeutet, dahinter sind über 10 Millionen Label im Einsatz. Wir bieten für Apotheken eine leistungsstarke Lösung, die es Ihnen ermöglicht, neue Wege zu gehen, die Freiwahl zu optimieren und Prozesse zu vereinfachen und zu verbessern. Wie sehen die Prozesse aus, die sich verbessern lassen und welche neuen Möglichkeiten ergeben sich mit einer elektronischen Preisauszeichnung? Der erste wesentliche Aspekt ist natürlich, dass Sie im Bereich der Personalentlastung das lästige Thema der Auszeichnung endlich los sind. Das zweite, sehr aktuelle Thema, unnötige Kontakte im Freiwahlbereich entfallen, weil Sie direkt aus dem Backoffice-Bereich die Information bis ans Regal durchschicken. Die Frequenz der Kundenbeschwerden wird sicherlich zurückgehen, weil Sie Falschauszeichnungen mit der elektronischen Auszeichnung auch nicht mehr haben können. Und Sie können natürlich sofort aufgrund der klaren Bezeichnung erkennen, ob Sie fehlende Produkte in den Regalen stehen haben und welche es genau sind. Eine korrekte Auszeichnung schafft natürlich Kundenvertrauen, denn nichts ist schlimmer als ein Kunde, der sich nicht meldet, weil er sich betrogen fühlt, nur aufgrund der Tatsache, dass Sie keine vernünftige Abstimmung zwischen den Preisen auf der Ware und der Kasse haben. Dann ein gesetzlicher Aspekt, die Einhaltung der Grundpreisauszeichnungspflicht wird natürlich hiermit auch gleichzeitig erledigt. Sie haben keine Probleme bei den Retouren, das heißt Aufkleber auf Verpackungen sind hier nicht mehr notwendig und natürlich muss der Verbraucher auch nicht Preise suchen, die irgendwo auf den Packungen versteckt sind. Keine Margenverluste wegen vergessener Neuauszeichnungen, auch ein Klassiker, dass Preisänderungen eingespielt werden, aber leider die Auszeichnungen der Preise auf der Ware im Freiwahlbereich oder auch im Sichtwahlbereich dann nicht stattgefunden haben. Die neuen Möglichkeiten, die sich aus einer Preisauszeichnung ergeben, wir leben heute in einer digitalen Welt und mechanische Papierprozesse limitieren einen schon sehr stark. Angebotsaktionen für den Verbraucher sind zum einen jetzt äußerst transparent, sie verbessern ihr Image, weil gerade der Aspekt, dass sie Qualität zu fairen Preisen anbieten, oftmals gar nicht für den Verbraucher sofort zu erkennen ist. Sie können ganz neu Aktionstage einrichten, die können zum Beispiel freitags oder samstags bestimmte Wellnessprodukte in die Werbung nehmen und die schalten automatisch, ohne dass sie ihr Personal zusätzlich belasten. Und in der heutigen Zeit mit der elektronischen Preisauszeichnung haben sie sicherlich auch ein zeitgemäßiges Erscheinungsbild. Ergänzend zu all den gerade gezeigten Möglichkeiten hören Sie nun unsere Kunden und was Ihnen am besten an unserer Lösung gefällt. Matz ab! Am Delphi-System gefällt mir am besten, dass es optisch super gelöst ist und unheimlich praktisch ist. Also was mir am besten gefällt an der Delphi-Lösung ist, dass wir auf Knopfdruck unsere zentral gepflegten Preise in alle unsere Filialen exportieren können und damit das Thema Preispflege ernst ist. Endlich eine übersichtliche Preisgestaltung in der Freiwahl. Das, was wir immer gewünscht haben, ist jetzt endlich da. Was mir an Delphi so besonders gut gefällt, ich bin Pazifist und meine Preispistolen gehören einfach nur noch ins Museum. Mein Name ist Eva Wolfmüller, ich bin selbstständige Apothekerin in Mannheim und wir haben die Delphi-Etiketten seit April dieses Jahres. Wir möchten sie nicht mehr missen. Die Preisauszeichnung geht ratzfatz. Wir ändern Preise am Computer und innerhalb von Sekundenbruchteilen ändert sich der Preis vorne im HV oder in der Freiwahl. Wer sich also für diese Etiketten interessiert, die sind echt ihr Geld wert, macht es. Tschüss, Basta. Es geht um, 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 es Vielen Dank.